Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play White Noise 2, gemeinsam mit dem lieben Ramses, Moin Moin, dem Free Spirit, Servus, dem Meridom, Hallihallo, und dem Marzaru. Hallo? Und der lieben Janka als Jäger von uns vier. Ja, ist Marzaru noch gar nicht da? Ja, klang gerade so, oder? Ja, wollte ich was zu trinken, heute? Dann gehen wir doch vielleicht nochmal raus. Oder wir bleiben einfach so lange stehen. Wir leuchten alle Marzi an. Wir leuchten Marzi an. Na, okay. Wir werden verhört. Hallo Marzi. Ich bin Jean-Luc. Auf Klassenfahrt. Aber ich kann Pause machen, aber dann ist nicht wirklich Pause, ne? Hab ja, komisch. Die Psychoblique von uns sind gigantisch. Soll ich schon mal loslaufen, oder bleibst du nicht hier stehen? Schade. Du bleibst ausstecken. Oh, ich kann mir die Kinderzeichnung angucken. Das sind gar keine Kinderzeichnungen. Aber wir können auch nochmal anfangen. Oh, ob sie noch mit Augen so ein bisschen rollt. So viel ist. Warum starrt ihr mich allein? Hört auf mich ja zu starrt. Grand Mecon. Good crates and good health go together. Sind wir vollständig? Oh, ein bisschen die anderen Dummie-Zeichnungen hier an. Mustardgas. Senfgas. Smells like garlic. Warum sind hier Bilder von Unterleiben? Was passiert hier? Bitte was? Ja. Da ist ja auch ein Krankenhaus. Und ein Gehirn. Diphtheria is deadly. Protect your child. Immunisation. Ja, impfen ist wichtig, ne? Man kann ja gerade mal die Zeit nutzen, um wichtige Sachen zu sagen. Was steht da? Ich glaube, Marzi hat noch was gegessen. Oder war er das gerade gar nicht? Ja. Ich weiß nicht. Möchten wir ihn dann. So. Wir werden jetzt gleich alle vier anbommern. Kongenitale Syphilis. Na, was ist da denn los? Wir haben schon angefangen. Nicht ansagen, Schatz? Ja. Ja. Und alle haben Hallo gesagt, außer du. Und dann haben wir uns irgendwie gewundert. Wir stehen jetzt auch schon alle am Domband. Dann haben wir dich gestorben. Ich habe gesagt, wir können nochmal neu anfangen. Aber die anderen wollten nicht. Die wollten nicht anleuchten. Ich verstehe das auch nicht. Die haben irgendwie komische Vorlieben. Okay. Okay. Du hast jetzt die Gewalt. Sollen wir nochmal neu anfangen oder sollen wir weiterspielen? Ist okay. Ich sehe das liebte, Marzi. Ich stelle nur. Wir haben wieder drei Minuten rumgeeidelt einfach. Ach übrigens. Hallo. Hallo, Marzi. Ja, wir stehen ja auch schon alle vor dem Domband. Wenn wir eigentlich mal machen sollen. So. Es ist überhaupt zu husten. Na, verrät uns doch. Entschuldigung, ich habe mir in den Zeh gestoßen. Ich kenne die Skills wieder nicht. Das ist zum Kotzen. Gut. Was kennst du nicht? Die Skills? Ja, meine Skills kenne ich. Die hast du mir vorhin selber erklärt. Ja, weil die von dem ersten. Ich habe... Achso. Du hast ein anderes Monster. Ein anderes Monster. Nee. Ich habe links was gehört. Irgendwie da vorne. Nein. Ich war doch noch gar nicht so weit. Ich war gar nicht so weit. Mit euch? Warum dreht ihr schon durch? Ah, verdammt. Weiche Eier. Klingt jetzt blöd. Aber wir drehen durch, wie die Janker gesehen hat. Ah, ich sehe da Domand. Ich auch. Ey, ey. Meins. Ach, ne. Da hat Frieda Domand geklaut. So, sauer Top-Punkel. Kommt das auch gerade aus. Wir mal kurz, ne? Ja, mal kurz. Ich auch mal. Im Stehen? Wirklich? Ja. Wieso? Achso. Ja, stimmt. Ich bin ja eine Frau. Ich wusste, sie verheimlicht uns. Stimmt. Sie verheimlicht uns etwas. Sie verheimlicht uns etwas. Da, da. Gibt's sogar extra was für Frauen. Äh, stimmt. Wir teilen wir uns jetzt auch. Das hier? Das hier? Free. Ich habe vorhin einen Schnurrbart gehabt. Ja, stimmt. So, ich... Ich geh mal irgendwie... Ah. Okay. So, müssen wir lang? Hier links irgendwo? Keine Ahnung. Wir sind hier links aufgeteilt. Wir... 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 Ich bin hier. Ach, du weißt. Okay. Marty ist hier. Wo seid ihr? Verdammt. Woanders. Ich bin voll weit weg. Ja, wir sind gleich da. Ja, es hört auch rum zu schreien. Ihr verratet euch doch. Ich glaube, ich gehe doch nicht zu euch. Wir haben ja so viele Leuchtstäbchen. Das ist okay. Bleibt doch woanders. Hä? Der Monster ist schon so lange zu euch gelockt. Ja, da. Hallo. Hallo. Ich habe leider gar keine Orientierung, von daher. Ja, ja. Seid ihr, glaube ich, sehr safe. Ja, wahrscheinlich schon hinter uns. Ja. Bin die ganzen... Sicher, dass das Starland geht? Nein. Ich habe keinen Planbooting. Doch, irgendwo hier muss sein. Ich habe gerade ein Telefon gehört. Ich habe Monster gehört. Ach, verdammt. Mano. Volles Höschen. Wie sie da vorne läuft. Irgendwo da vorne muss es sein. Ach, verdammt. Ach, gegenüber hier von der Wand. Ich muss ja erstmal üben hier. Mit der blöden Kuh. Boah. Die ist so empfindlich. Lauf mal wieder weg von dem Geräusch. Ja, irgendwie muss man da reinkommen, oder? Was? War das? Ich habe ja mal gehört. Ach, hier kommen nur komische Scheißdinger da. Nein. Versteckt euch. Guck, guck in die Wand, oder so. Nein. Getschen. Nein. Getschen. Ihr seid da hinten. Das sah aus, als wären deine Augen gerade geplatzt. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. So, der mit der fetten Taschenampe kommt nie. Was ist, wo war da? Muss oben mitleuchten hier. Hab ich nicht gesehen. Hab ich gerettet. Was ist das denn? Ich war gar nicht gefangen. Was ist das denn? Ich habe mal eins gefunden. Achso, ich habe irgendeinen gerettet. Ja, aber ich höre auch eklige Geräusche. Das ist ja voll gruselig. Wo seid ihr? Ach, da hinten? Wo? Mal halt den Schrei einfach. Oh, oh. Oh, mann. Ah, die Dinger schon. Kannst du mal deine Erdbildinger da... Merkt mich. Oh, bei der Lampe geht echt die Batterie. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Geißer Monster. Sie ist hier, sie ist hier. Hallo, oh mann. Wie ist das denn? Ich habe gar keine Chance. Geh zum Telefon, Leute. Ah, nein! Quatsch, oder? Da? Er sieht das Telefon? Nee. Ich sehe das Telefon. Nein. Ich bin jetzt so schnell wieder zurückgekommen, hier. Ich hänge schon wieder fest. Ich kann mich nicht bewegen! Nein! Ach, hier ist auch ein Scheiß Ding wieder. Leute, wo seid ihr? Martin? Ja? Oh nein. Verdammt, ich sehe nichts mehr. Ich kann nicht dabei stehen bleiben, sehe ich gerade. Oh, dieses Telefon, ey. Oh, hiervon? Ich bin das Monster, warum ihr scheiß ich denn? Ey, kein Monster. Ich bin das Monster, warum ihr scheiß ich denn? Ach, ich bin hier scheiße. Kann ich euch nicht irgendwie außer Gefecht setzen mit dem Monster? Weiß es gar nicht. Da müssen wir lang. Ich hab keine Ahnung. Ich hab einfach die ganze Zeit nur verwirrt durch die Gegend. Also mein Kompass sagt da Richtung Wand. Direkt in die Richtung. Also wir müssen uns mal free folgen jetzt, Aschmann. Jetzt teilen wir uns grad schon da auf. Ich will zum Telefon. Ich will zum Telefon. Heb doch mal ab. Ja, oh oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, sie hat das Licht ausgemacht. Und sie ist direkt vor mir irgendwo? Nee, hinter dir. Da ist er. Vor mir. Danke. Kann man die Taschenlampe nicht nähen? Ja, war das Licht jetzt aus gerade? Wo ist das denn? Jaja. Bis zu dem Moment, wo du einen greifst. Ah, okay. Das ist ja aber gemein. Muss ja länger ausbleiben eigentlich. Ah, hier ist das Telefon. Was haben wir von dem Telefon? Weiß ich nicht. Das klingelt. Waren wir da links? Oh. Nee, doch nicht. Brauch Batterien. Haben's. Na komm, wir gehen weg. Warte mal, wir müssen hier links lang. Ah, verdammt, 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 verdammt. Schalük stirbt. Ja, jetzt definitiv. Ich wurde gefangen? Oh, super. Ja, wo bist du denn? Das ist ganz weit weg. Keine Chance. Das ist mies. Danke, Miri. Zurecht, zurecht. Meine Liebe, zurecht. Mach mal, mach mal Suche an. Was sagt dein Kompass? Dein Tampon wollte ich gerade sagen. Mein Kompass heißt überall nur blau an. Aber in welche Richtung? Nirgendswo lang, oder was? Oh, ich brauch schon langsam Batterien. Ja, meine sind schon da. Was bringt das jetzt eigentlich? Hä, wo bist du? Wo bist du? Darfst nicht weggehen. Ich bin auch nicht weggegangen. Ah, die Dinge schon wieder. Sag mal was. Ach da, ich seh dich. Alles klar. Bleib stehen. Bist du das überhaupt? Ja. Können wir halt im Dunkeln sehen. Eigentlich nicht so gut. Wo bist du? Ja, deswegen nehme ich den ja. Ich komm doch nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Wir müssen hier lang. Oh Mist. Der hat mich. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, komm schon! Oh mein, das dauert so lange. Unfassbar. Bist du frei? Hier vorne ist ne Batterie. Warte mal, ich hör's. Ja. Ja. Wie lange das dauert. Oh je. Oh je. Oh, hab ich das Gefühl, bei mir war es... Schau dich gut um. Irgendwo hier. Ich hab es. Ach so. Ah stimmt. Oh, ich glaub Schaulück ist beim nächsten Angriff down. Der blutet wie Sau. Batterien wär mal gut. Mhm. Mhm. Hab ich euch jetzt nicht alle irgendwie schon mal erwischt? Ich mach halt mal das Licht aus. Ja, hab ich ja schon die ganze Zeit. Miri, was sagt dein Kompass? Äh, der ist gerade aufgebaut. Der Leder hat. Ich meine, hast du Batterien. Okay, warte mal. Ja, meiner, meiner Brot hat noch verdammt lang. Ich glaub das war irgendwo hier vorne. Ich hab noch nicht einen gekillt, ey. Der schlechteste Monster ever. Oh, andere Richtung. Ach, du bist das mir weit. Wir werden mal hier. Müssen wir uns wieder zurück? Ah, dich schon wieder. Ah! Hab sie, komm, lauf. Mano! Dreh dich einfach weg. Ja, ich komm nicht. Was? Ah! Moment, hinter dir, hinter dir. Wie gemein das ist. Ich hab wieder einen Kompass. Okay. Okay, der sagt gar nichts im Moment. Ist doch klar? Ah, ich hör was, ich hör was. Ich hör's, ich hör's. Da oben. Hm. Bin ich dann links lang irgendwo. Ah! Nein! Nein! Oh! Weg mit dir! Nein! Da hinten! Nein! Na komm schon! Nein! Aber die hast du's oft wahr. Gott sei Dank. Ah! Verdammt. Das tut mir jetzt leid. Macht nichts. Ich werd dich flankieren und... Ah, schön. Komm mal zurück. Erstmal aufpassen. Bis die Nippel da verschwunden sind. Ach, da ist ja noch einer. Einfach nicht angucken. Ah ja. Das ist wie ein Horrorfilmen. Der Quotenöse stirbt zuerst. Der letzte, der noch übrig ist, einmal rufen. Damit wir... Weil... Alleine solltest du jetzt nicht mehr rennen. Ja. Warte. Ihr habt euch dezent getrennt. Etwas. Ach, da hinten. Da hinten. Monster! Ah! Wo seid ihr? Hey, ich leuchte sie voll an. Was soll denn das hier? Nnam, 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 nnam. Krams, es war aber lecker. Ja. Die schummelt voll. Was? Ich hab sie voll angeleuchtet. Wo bist du? Brüll nochmal. Hier lang. Genau, brüll nochmal. Hier? Da hinten. Diese komischen Generatoren, wofür sind die da? Das ist die Frage, wie kommt man zu dem hin? Oh, hier. Oder? Nee, ich hör noch nicht. Nee, ich hör nichts. Ach so, warte, ich kann doch hier. Okay, ich kann... Ich kann zumindest das... Das Feuer setzen, wenn sie kommt. Entschen, piep einmal. Hä? Das hat ja gar nichts gebracht. Rechts. Okay, das war vielleicht nicht so schlau. Was? Oder? Nee. Klarer sind sie. Ach! Okay. Ach! Hey! Hast du kaum was voll? Nee. Ah, jetzt ich. Wo ist hier dann? Wo ist hier? Wohin? Wo ich bin! Ja. Der Janka ist verdächtig still. Das heißt, sie ist konzentriert. Hinter uns? Oder? Vor uns? Über uns? In uns? Boah. Was kommt was da durch? In euch fand ich sehr gut übrigens. Ich höre nichts. Nicht? Wo? Kommt was sagt. Geradeaus weiter. Verdamm. Was hat sie gehört? Was weitest du denn jetzt noch? Lauf mal nicht so schnell, weil ich gerade rückwärts laufe. Oh oh. Ah, leck mich doch! Nein. Hier ist es irgendwo. Ah, ich... Ja, ja. Da muss es wohl sein. Ah, sie ist. Perfekt. Was? Nein! Ah! Lauter! Was? Wo? Ich sehe nichts. Geil. Ist okay. Sie ist weg. Ah, verdammt. Äh, Kompass sagt... Zurück. Ja, warum werde ich jetzt doch wegteleportieren? Wie gemein. Ja, das ist immer dieses Nervige, dass man da... Ja, stimmt. Muss da irgendwo sein. Laut Kompass. Oh, Batterie nehme ich mal kurz mit. Oh, wie widerlich. Die fliegen, hört ihr das? Mhm. 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 Wieso sagt sie... Oh! Was ist denn da los? Weiß ich gar nicht. Das wolltest du gar nicht. Da stand sie da einfach so. Da war ich nicht reingelaufen. Ja, genau. Ich war eigentlich mit dem Kuh so eine komische Falle am setzen. Und ich denke mir noch, wieso hört sie das von wegen dem Fliegen und so? Sie sagt gerade... Nein. Ich meinte das eher allgemein, weil ich höre die ja auch. Äh... Ich will jetzt drücken, hier. Das war ja lustig. Bleibst du voll in mich rein? Das war doch lustig. Das war Notwehr, hallo? Ich musste mich verteidigen. Auf dem Tisch, ja? Ah, sehr schön. Ich wollte das ja gar nicht. Nein. Mach sie hat sich mehr sozusagen in den Rachen gedrückt. Ja, ja. Er wollte gegessen werden, ja. Ja. So, okay, wir flankieren jetzt Mary. Du schaffst das. Zwei Tombänder noch. Ne. So. Dieser Druck. Dieser Lauf. War noch die vier, die ganze Zerstörung. Ich hör's. Das ist so doof, dass man so viel dazu nicht mehr zurücksteuchen kann irgendwie, ne? Das böse Lachen von Janka auch noch. Stimmt. Ach manchmal muss das doch sein. Unersättlicher Hunger und Meisterchirurg habe ich gerade freigeschaltet. Wisst ihr Bescheid, ne? Und wie sie gleich am Start ein nettes J auf die Landkarte zeichnet. Ja. Eine wie was? Ein J wie Janka. Ach so. Tatsächlich. Wie cool. Aber mit der hab ich's noch nicht so ganz raus. Ich hab die jetzt ja gerade zum ersten Mal gespielt. Die bedarf einiger Übung, glaub ich. Ah, jetzt reicht's so schön. Du hast sie gespielt, oder? Ich hab sie gespielt, ja. Diese Russgeier. Die kann sich mit irgendeinem Perk zu ihrem Opfer beamern. Genau, ich hab das auch probiert. Aber einmal hat's wunderbar funktioniert, da habt ihr mich aber sofort gesehen. Und einmal stand ich plötzlich irgendwo in ner Kammer und kein Schwein war bei mir. Das hab ich nicht verstanden. Oh, ich hab Aussehen für Anna freigeschaltet. Und Sarah, klassisch. Ah, ihr schreit so schön. Da war's rum. Ja, danke. Ah. Aber Respekt an Miri hat lange durchgehalten. Na, danke. Ich hab mich gut in Schach gehalten, auf jeden Fall. Ja, absolut. Das lag an meinem Käppi. Wahrscheinlich. Das ist einfach so sexy. Ja. Ich wollte dich einfach als Lecker bis zum Schluss aufheben. Als Sahnehäubchen. Als Sahnehäubchen. Als Sahnehäubchen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.